So, ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ich hatte eben die ganze Zeit Framedrops, deswegen habe ich jetzt nochmal komplett alles hier umgebaut bei mir, weil der scheiße Ruder so weit wegsteht, dass ich alle Netzwerke direkt anschließen kann. Wenn ich den Hub umgehe, so, probieren wir es nochmal. Ich glaube aber tatsächlich, dass es eher irgendwie ein PC lag. Egal, ich glaube, es läuft jetzt. Ich habe auch nicht gespeichert, also ich werde jetzt wahrscheinlich die kleine Szene gerade nochmal machen. Außer er hat Autosave drin, aber dann. Problem, Autosavage, okay. Ja, okay. Wow. Wird ehrlich, dafür sind Kohle. Ist das jetzt wieder der gleiche eigentlich? Das sieht ein bisschen geltlicher aus, aber ansonsten. Ist da noch ein kleiner da hinten? Kann sein. Oh shit. Ich habe gerade ein bisschen auf die Umgebung gedacht, denn das war nicht so schlau. Tolle Kön- Ah, was? Ich habe den Tooltip nicht gesehen. Achso. Nein, ich gehe gleich nochmal zurück. Ich will echt mal gerne wissen, ob ich irgendwie auf den draufklettern kann oder so. Und ich möchte mal wissen, ob ich da was machen kann. Das Ding hier. Oh shit. Oh, ich glaube. Oh ne, das war ein Angriff. Oh shit. Ich habe gedacht, der hat auf meinen Axtwurf irgendwie reagiert. Aber es lügt ihn glaube ich nicht, wenn ich ihm das Ding da in die Seite ramme. Vielleicht am Arm. Okay, da geht es gar nicht. Hm, egal. Dann einfach drauf. Okay. Das macht Sinn. Weil man muss irgendwie auch, glaube ich, die Gegner irgendwie, äh, also auf jeden Fall so draufklettern können. Vielleicht nochmal zurück? Ja, warte mal. Ich gehe mal ganz kurz zurück. So. Wurde ich jetzt noch drinne haben hier. Ja, ich glaube es läuft jetzt auch. So, also. Wir haben eigentlich hier gestartet. Da vorne war die Höhle, wo ich rausgekommen bin. Dann war hier so ein kurzes Rätsel. Da muss ich nur so einen Schalter drehen und hier die Dinger zur richtigen Zeit anhalten. Und dann ging halt die Tür hier auf. Dann sind wir hier durch die Höhle. Da war eigentlich nichts. Bisschen Stuff hier in der Ecke. Lag noch ein Item. Und. Dann waren wir auch schon bei dem Troll, wo wir jetzt sind. Ach, guck mal. Hier ist noch Heilung. Habe ich volle Läden? Ja, habe ich. So. Jetzt hier raus. Dann töten wir den jetzt. Okay, habe ich ihn irgendwie unterbrochen, weil ich gegangen bin? Nice. Hier, schön wartet deine Ecke. So, Fokus drauf. Dann mache ich ihn genau wie beim ersten Mal halt. Immer schön nach links wollen und ruf. Okay, dann können wir tatsächlich noch andere. Greifen die mich an oder greifen die ihn an? Ne, greifen mich an. Feuer, stopp es! Haben wir immer noch, was die Symbole da sind? Oh, der war, glaube ich, neu. Und es ist Feuer auf dem Boden. Okay, da soll ich nicht hingehen? Shit, 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 shit. Holy moly. Warte, ich habe noch... Hey, warte, warte. Äh... Warte. Goddammit! Okay, Feuer ist mal richtig böse. Aber ob ich das blocken kann? Ich konnte die anderen Anhilfe auch blocken oder kontern. Hier, die weggefallen. Hä, da liegt... Ach, guck mal, die waren weg eben gerade bei mir. Schau, weil ich das Gebiet verlassen habe. Ah. Aber da gibt es bestimmt noch einen Trick für den. Oh, der geht nicht auf uns. Oh, wow, wow. Hat der ihn gerade verbrannt? Ja, geil. Das geht immer noch. Das ist gegenseitig verletzen. Das ist so gut. Okay, ich hoffe, das war der Einzelne. Oh, quack, quack. Da liegt er. Oh, der wirft das aber viel weiter jetzt, ey. Jetzt würde ich da einfach nah rangehen an ihn. Das ist halt fies, wenn da das Zeug auf der Erde... Ach, guck mal, da ist noch einer. Wow. Shit, 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 shit. Ja, klar, wie viel da einfach kommen, ey. Ist das ein groß... Ja. Gott sei Dank. So, warte. Die Kleinen hier erst wieder. Du musst dir erst ein bisschen kiten hier gerade. Ein bisschen too much. Da sieht man auch gar nicht groß, was sie werfen, oder? Ja, klar, mein Nächster. Genau, brenn du ihn weg. Sehr gut. Lebt er noch? Witzig mehr. Okay, es kommt immer wieder ein Neues scheinbar. Klar, wie er doch direkt hinterher zieht, ey. Okay, die brauche ich nicht machen. Ich muss den Großen machen. Die Kleinen brauche ich gar nicht fokussieren. Hat keinen Sinn. Okay. Okay. Genau, mit dem Ding noch hinterher. Oh, den macht er es nur da. Das ist aber ein bisschen fies, ey. Dass sie auch immer wieder neu spawnen, na. Nur weil er alleine nichts kann hier. Hä? Warte? Es gibt bestimmt jemanden, der das Spiel nur mit Fäusten durchspielt, oder? Dann auch ein No-Hit-Run draus macht. So, Fokus nur auf ihn. Dem anderen Zeug muss ich halt so hoch wie möglich ausweichen. Und das Feuer von ihm ist halt echt gefährlich. Okay, da darf ich mich rein. Okay, Feuer. Da muss ich nah ran. Ein bisschen was zum Heilen ist hier, Gott sei Dank. Ich glaube, ich hole mir mal auf eins. Ist zwar die große, aber ja. Oh, shit. Das hätte ich eher einsetzen, wenn ich wenig Heilung hätte. Okay, hat das Ding irgendwie jetzt richtig aufgeladen? Wow. Äh. Junge, geh mal aus dem Weg. Was hab ich denn rausgehabt? Ja, geil. Gut. Alter, waren wir fertig jetzt hier. Der hat ja gar nicht mehr auf. Oh, okay, jetzt. Der war... Ich bin schon ein paar Recken hier. Heftiger Gegner, ey. Ja, Vater. Ja, klar. Ich komme überhaupt nicht mehr ran da. Okay, ich sterbe. Das ist auch so fies. Ich rolle mich, während der ausholt und der wirft trotzdem genau dann dahin. Weiß nicht, ob ich die vielleicht blocken sollte, ey. Holy fuck. Vor allem dieses Aufladen ist ja auch nochmal heftig dann. Also muss ich meinen Spartan Rage auf jeden Fall für diese Phase dann sparen. Wenn ich echt gerne wissen, ob ich so einen Schlag von ihm blocken oder kontern kann. Wahrscheinlich ja nicht. Aber das von denen. Okay, das kann ich blocken. Okay, das kann ich jetzt nicht mehr so einen Schlag von ihm blocken. Nein, nicht. Fuck, 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 okay, ich bin tot. Ich muss noch ein bisschen durchhalten gerade. Ja, geil, ich sammle das ein und bin direkt wieder. Diese kleinen, lass die auch abziehen, ne? Ich mach die jetzt trotzdem nochmal. Okay, ich hab extra geblockt gerade, hab noch nichts gebracht. Hey, das ist nicht normal, das ist nicht normal, warte mal. Treffen die mich? Ich hoffe, der behält seine Leben. Wäre jetzt fies, wenn er wieder komplett voll wäre. Ich probiere jetzt einfach was. Hier, die Anzeige ist weg, nice. Ich glaube, ich hab den Kampf resettet dadurch. Der geht auf jeden Fall wieder in Ausgang. Nee, er hat sein Leben noch, nice. Ich hab auch volles Leben. Shit, 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 shit. Die Gegner können eigentlich nicht unendlich lange spawnen. Das ist eigentlich nicht üblich. Das würde mich echt wundern, wenn sie das machen würden. Weil er spawnt hier auch nicht, wenn er die machen würde. Dann würde ich sagen, okay. Shit, 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 shit. So. Nein, 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 nein. Gott. Der ist so gut wie tot, ey. So. Ja, und es kommt. Von irgendwo her. Da ist wieder einer. Cool. Ich glaube, auf einen kann ich es reduzieren. Kann das sein? Jo, wie weit, ey. Okay, warte. Ich versuche mit Ferdangriffen zu zögen. Ja, er ist down. Warte mal. Ja, das geht. Ah, das war gar nicht angezeigt. Okay, gefinisht. Holy shit. Okay. Oh, was? Die sind auch noch da? Noch einer. Okay, da. Ich bin nicht bereit. Meine Güte, ey. Wie war dieses Angriff? Schwerer Runenangriff. Oh, ein Verheerung. Vielleicht ein Angriff, der alle Gegner im Bewegungsbereich einfriert. Anzeige. Nice. Nicht genug Erfahrung. Okay. Warum nicht? Achso, nächste Stufe. Okay. Ah ja, jetzt habe ich eine ausgerüstet. Äh. Ey, warte mal. Wie mache ich den? Moment. Oh, stimmt. Ich kann jetzt auch Upgrades wieder machen. Ha. Zauberplätze. Ähm. Zauberplätze. Du Bulle. Will ja einen Zauber dringend. Habe ich schon einen? Okay. Hm. So. Da kann ich nix. Ja, fehlen noch Erfahrungspunkte für. Was ist hier noch? Was leuchte ich eigentlich alles? So. Zu den Plätzen. Zauberplatz. Okay. Hier haben wir. Keine zusätzliche... Hä? Wie? Erhöht Fallstand. Achso. Erhöht Feuerrate. Das ist klar. Okay. Hm. Ne, das mache ich mal später. Aber ich würde gerne wissen eigentlich... Ach, L1 und R2. Okay, macht Sinn. Damit kann man doch arbeiten, nein. Gut. Hier vorne ist wieder so eine Kiste. Da brauche ich wieder irgendwelche Runesybole. Was heißt das? Was heißt das? Spiral symbolisiert die drei Nornier. Nornier. Die Fates. Die Fates. Kein Gutes kommt von ihnen. Hm. Okay. Äh... Okay, das war Nummer 1. Da ist Nummer 2. Guck mal, da kann man auch noch lang. Gibt schon einige Wege hier so. Zumindest immer so ein paar versteckte Sachen. An der Seite. Okay. Silber. Ah, hier. Okay, auch nicht das, was ich suche, aber... Warte mal. Warte mal nicht her. Dann gehe ich mal in die Höhle. Okay. Das hätte man auch mal voll wissen können. Äh, nein. Hä? Oh, jetzt muss ich... Ach, da ist es. Mein Gott. Muss ich alle nochmal machen, weil ich das Gebiet verlassen habe. Ist ja einfach. So, Nummer 3. Okay. Alright. Hä? Ach, muss ich hierher beschippen? Die Schwindigkeit machen wir, oder was? Hm. Wie ich mir das immer anguckt. So voll abwenden. Was ist denn das hier für eine Scheiße an Apfel? Äh... Kommen wir da hin? Hm... Geht nicht so aus. Okay. Gut. Dann bleibt ja nur der Weg durch den... durch die Höhle. Okay, kommen wir wieder hoch. Ah ja. Okay, kann auch hoch. Ach so. Das wieder. Okay. Ich bin jetzt auf dem Wegspanier. Oh. Hä? Freund oder Feind? Ich weiß es nicht. Oh, sieht das gut aus hier, ey. Bisschen fertig, aber schön. Vom Licht und Schatten und so her. Was ist mit dem Vogel hier? Soll ich den mal anhitten? Neuer Auftrag. Odins Augen. Ah, okay. Okay, 51 von diesem Vögel muss ich finden. Alright. Oh, aber da würde ich gerne rein. Hm. Okay, ein bisschen Silber. Oh. Der ist auf jeden Fall hinüber. Äh. Okay. Das ist wieder so ein Gesicht wahrscheinlich. Gesichter der Magie. Fünf von neun schon. Hm. Das sieht so nice aus mit dem Leicht, mit dem Nebel hier so auf dem Boden. Okay. Ja klar, komm straight auf mich. Oh, fuck. Wie ich die Waffe nimmst. Hä? Was war denn das für ein Angriff? Oder war das nur, weil er irgendwie, weil ich gerade gelaufen bin dabei? Interessant. Oh, was macht er denn so ein... Ah, dann sah das wahrscheinlich nur von der Animation her komisch aus. Ich hab gedacht, der war so einen geilen Sprungkick jetzt. Ach, das ist so gut, ne? Äh, Seite ist nix. Da war ich drin. Okay. Da ist das Milchschwein wieder. Oh. Junge, Junge. Der ist so ein bisschen, äh... Eigentlich mag ich den Jungen schon, muss ich ja sagen. Aber so manchmal ist er ein bisschen zu stürmisch. Oh, hier sieht es nicht gut aus. Wo bist du? Hör auf, Vater! Ich habe ihn gefunden! Okay... Äh... Junge? Er schlägt! Warte für mich, Junge! Adresse! Alter! Äh, warte mal. War er Blut? Ja, ja. Äh... Die Richtung? Okay, ich kann nicht mehr nach dem Jungen rufen. Was hast du gemacht? Ich bin sorry! Atreus! Atreus! Wir wussten nicht, dass er jemand gehört hat. Er ist nicht. Er ist mein Freund. Der Mann war mein Kommen. Er war mein Kommen. Dann helfen Sie das. Hör auf hier, bitte. Hör auf hier, bitte. Hör auf, ich sag, er ist verletzt. Der letzte dieser Art in all den Räumen, und du ihn schützt hast. Du brauchst du Essen? Ja. Ja. Und jetzt? Ja. Ja. Ich kann es nicht aufhören. Meine Haus ist nur an den Baum. Du kannst ihn nicht mehr. Er muss nicht sterben. Gut. Er ist stabil und entschuldig für heute. Greitha. Hier. Oh, nice. Das sieht hier schon ganz anders aus, ey. Gar nicht mehr so winterlich. Ein der Zuflucht, okay. Ich bin... Entschuldigung für deine Verlust. Hier. Hast du einen Baum? Nicht in dem. Unter dem. Himmelin! Schau! Es ist okay. Ist er freundlich? Ich versuche, er ist schuld. Kann ich eigentlich rennen? Nein, okay. Guten Tag. Das Haus ist unter der Schildkröte, oder was? Schau! Jetzt zieh dich nicht, wir sind noch fast da. Schau ihn an der Schildkröte. Schau ihn still. Du lebst allein? Es ist besser diesen Weg. Ja, mein Vater mag auch nicht Leute. Junge! Schau ihn still, bevor er sich verletzt hat. Gut. Easy. Rest, jetzt. Ich brauche zwei andere Dinge. Fresh, red root-gröte, neben dem Haus. Kannst du einen Cluster holen? Was? Nichts. Wolle ist ein. Wolle ist ein super Gemüse. Wolle sind. Das ist kein Gemüse. Je weiß nicht, das könnte. Aber es ist kein Gemüse. Er weiß, ob er seine Правitektur. Oder seine eigenen. Das ist keine Ihrer Frage. Das ist kein Gemüse. Der Gemüse der Gemüse ist nicht beendet. Werbseiler ausgesangt sich. Als sie sie finden, und das verkommen. Ich will. Sie werden Dinge schwierig machen. Der Junge wird die Antwort geben. Das wird mein Problem sein. Whatever du schiebst, du kannst ihn nicht immer wiederholen. Aber du bist. Das tut mir nicht interessiert. Ich brauche auch eine Lambscrest. Es ist eine weiße Blut in meinem Garten. Nur ein paar. Okay. Ich bin also immer noch ein Gott, oder was? Das kann ich mir irgendwie... Hm. Verstehe ich nicht ganz. Aber okay. Er ist auch noch megastark. Also von daher macht es Sinn. So, wo ist das Ding? Was ich hier haben will. Äh. Wo ist denn der Garten? Der Tier, oder was? Äh. 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 Achso. Hier ist noch mehr. Hm. Kann man hier eng? Kann man hier angeln? Äh. Ernsthaft? Es sieht auf jeden Fall übelst danach aus gerade. Hehe. Ich dachte, das ist sehr witzig. Wenn Kratos hier angeln könnte. So, aber wo ist denn das... Ach, hier. Das sieht doch dann aus. Das war eigentlich nicht ihr Garten, glaube ich. Aber okay. Okay. Lamscrest, gut. Hast du auch die rote Root? Der Junge ist recherchiert. Vielleicht könnte er Hilfe benutzen. Bitte, die Salve ist nichts ohne die Ingredienz. Okay. Habe auch richtig Bock drauf, ey. Achso, da kann ich... Hä? Okay. Da kann ich nicht raus. Rennen kann ich auch schon wieder nicht. Wo ist denn der Junge? Deswegen geht es eh nicht weiter. Wo ist er denn? Hä, ich kann ihn hören, aber... Ich meine... Hm. Warte. Ach. Da ist er. Okay. Wie würde das helfen? Hahaha. Ich verletzte es? Als du das Zählst. Was ist mit mir passiert? Wenn ich... Wenn ich es verloren habe, dann... Du hast es verloren. Ich werde es besser ausführen. 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 Wie genau was ich brauche. Das ist besser ausführen. So, er wird es leben? Ja. Wenn wir sind, sind wir weg. Warte. Nicht ohne Danke. Ich werde es nicht ohne Dank. Warte. Nicht ohne Danke. Warte. 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 Du bist ein dickerauer. Han��. Noe na. Noe na. Himmeleth. Es ist eine Schot-Cut unter der Haus, die sicherlich führt aus diesen Wurzeln. Gehe diesen Weg nach unten. Dann gehe ich nach der Nacht. Willst du dich wieder sehen? So viel oder so klein, wie du möchtest. Jetzt raus. Verpiss dich. Komm wohl. Gehe das Boot. Warte. Und mach das. Du kannst es nutzen, um dich zu orientieren und die Welt zu überlegen. Es wird dich immer nach deinen Gästen stehren. Ich sehe ein Boot. Ich sehe ein Boot. Perfekt. Okay. So... was ist das das sieht mega strange aus ich bin ein bisschen um hier sind ja echt mega viel gegner noch dachte hier wäre ruhe das ist ja gut kommen wir sind ach so kann ich ins wasser ähm scheinbar nicht warte mal was ist das hier ich bin auch gewohnt dass man sagt mit der 1 ach guck mal das gibt es immer noch das könnte doch helfen Achso, dann kann ich da rüber, oder was? Okay. Okay, hab verstanden. Nicht ins Wasser. Kann ich ja eh nicht, scheinbar. So, ich hoffe, das ist auch nicht der richtige Weg. Noch ein Gesicht, okay. Was ist das? Okay, aber hier komme ich glaube erst mal nicht weiter. Allerdings ist hier noch eine Kiste und da ist auch noch was, also werde ich wahrscheinlich irgendwann die Möglichkeit haben. Vielleicht kann ich das Wasser irgendwie ablassen oder so. Okay, dann gehen wir den... Oh, den vorgegebenen Weg. Talisman der konzentrierten Vitalität. Gewöhnlich Talisman. Gewährt einen Gesundheitsschub. Okay. Talisman. Ach, das sind die Dinge hier unten. Okay. Zum Aktivieren, allein zum Kreis drücken. Gewährt eine Gesundheit. Was braucht denn das? Höhenlich ausgerüstet. Hm. Was muss ich drücken? Kreis. Das ist ja. .